ok wir beginnen indem wir die mannschaften aufteilen rechte hand hat jetzt keine arbeit kann entspannt am ohrensessel sich abhängen wichtig ist natürlich geschüttelt zu haben ausgiebigst und immer wieder unterbrechen die arbeit schütteln fühlen fühlen schütteln fühlen um immer mit nicht kraft wieder zu beginnen die kräfte in den händen über die handgelenke den schultern aus dem rücken raus sind natürlich nicht zu trennen mittig sondern die wie du bestens weißt die kraft anspannung des doch mit tuns in der rechten hand obwohl sie jetzt keine arbeit hat im sinne einer anspannung der schultern der schulter der verhärtung etwas im rücken beispielsweise überträgt sich mittels über dem schultergürtel natürlich auf links ganz klar und das wollen wir nach möglichkeit vermeiden drum beim schütteln immer beide hände wenn wir jetzt mit der linken hand arbeiten zu arbeiten beginnen und dann unterbrechen und schütteln also ich mache das immer so ja habe ein vorteil weil ich die hängt hier durch das kann ich das immer so machen und dass die gitarre fällt der vorteil ist du hast immer quasi die kontrolle über den ganzen oberkörper die fein spürung welche so eminent wichtig ist wiederum liest gerne bitte die beschreibungen und den videos dazu manches mal schreibe ich was dazu was mir noch einfällt und wird das auch erweitern wiederum das thema langsamkeit ist extremst wichtig man will ja immer erreichen immer möglichst schnell schon das nächste erreichen wollen nur hier bewegen wir uns völlig anders wir arbeiten ausschließlich im absoluten jetzt sowohl ich jetzt mit dieser ansage als auch du der geneigte die geneigte nutzerin dieses videos die immer dem gleichen jetzt dies dann für sich aufnimmt inhaliert das ist das lebt so schnitt wie in den anderen videos bereits angesprochen und jetzt nicht mehr nötig ist auszuführen habe ich mich vorbereitet habe jetzt die gitarre die rechte hand hängt locker rum und die linke hand bewegt sich zum griffbrett eine frage die jetzt entstehen muss natürlich ist warum hier dazu eine erklärung ein großes problem sind die winkel an der gitarre natürlich auch in anderen instrumenten ich nenne das scheibenwischer wenn ich hier hinkomme bin ich nach gerade fast rechtwinklig auf dieses holz teil auf am auftreffen wenn ich hier bin scheibenwischer wo sich und dort auch die frage eben auf die meisten hände an allen getan der welt am meisten bewegen und auch zu bewegen haben oft ist der winkel plötzlich so und dann kommt genau wieder diese gerade verlängerung dieses so hinlangen und so hingehen ja da ist viel möglich es gibt viele viele sehr viele berühmteste persönlichkeiten die spitzen gitarristen sind die so sehr sehr viel erreichen ich sage aber ich habe in meinen jahrzehnten schon so viele leute gehabt die von vielen getan lehrern geflüchtet sind oder von sich selber dann hierher kamen hier erfanden und dann sagten mensch ich habe so ein problem ich kann ja schon hier akkorde und so weiter und so fort aber das ist mir jetzt irgendwie alles mittlerweile zu wenig ich möchte gerne mehr machen und mein kleiner finger der kann aber da so gar nicht der ist nicht weil der wird er nicht trainiert nimm irgendwelche akkorde amol die die sieben was auch immer und so die akkorde sind ein eigenes thema das machen wir später ja du hast immer hier diese drück und haltekraft und immer ein eine anstrengung die zwar je nach gitarre auch mit der zeit und training leichter wird aber sie ist da dieses kompakte heben von irgendwelchen griffen ist eine völlig andere baustelle wie ein leichtes fließen was man einmal den turbo schnellen soli von manchen menschen dann hört das ist wie wenn ein dackel renkt du siehst keine fließe mehr der hat maximale ressourcennutzung so also ich gehe hier hin ich nenne diese übung dass die zentralste überhaupt für die linke hand krebsi warum krebsi ich erkläre das meinen kindern gerne so du bist bestimmt schon mal an einem strand spazieren gegangen irgendwo im süden und hast dann plötzlich überrascht eine strand krabbe gesehen im sand ja was macht die wenn du kommst ja die rennt weg genau wie sieht das aus so und darum sage ich jetzt nicht kompliziert zu dieser übung hand trainings langsam spreizungsrichtung tor übung da grüßt jemand via mail sondern ich nenne die liebevoll einfach nur krebsi und dann muss man nicht lange reden folgendes wir sind also hier so angekommen halten den stift du weißt der daumen ist noch gar nicht dran der kann weg sein damit kann man den damen sehr gut beibringen auch künftig für die akkorde das ja nicht permanent so viel drückt im sinne des kartoffel oder orange oder orangen oder steine haltens das bin ich hier dran liege völlig parallel in meinen fächern hier drin ich könnte auch so machen wie fühlt sich denn das heute an ah ok das sind meine seiten ja gut und dann beuge ich mich etwas und stelle mich jetzt wichtig auf die g seite das hat mit winkeln zu tun das ist jetzt hier am einfachsten und dann lege ich so wie der daumen will das ist je nach hand typ muskelknochen typ anders in den meisten fällen ist es ungefähr gegenüber dem mittelfinger sieht von der seite jetzt so aus wichtigst ist ich lege hier nicht an probiere mal deine hand so zu halten und nur den zeigefinger zurückzuziehen dann wirst du eine maske maximale anspannung im grundgelenk fühlen das schüttel ich jetzt sofort weg gehe wieder hier hin ich sage immer ganz gerne man müsste hier so wenn man so steht so ein stift mindestens hier durch bewegen können von der freiheit her weil die brauchen freiheit die grappenfüßchen sonst können sie nicht schnell haxeln die dackelfüßchen das ist die zentrale übung für alle soli melodien wunderschönste einfühlungen akkorde stücke ever ever und es gibt noch was wichtiges was ich sagen muss dabei ist jetzt das ganz ganz absolut entscheidende die langsamkeit du bist indem du dieses versuchst nachzuvollziehen auszuführen in universalperson viele lehrer in dir selbst und in wirklichkeit bist du ja selbst der lehrer du sprichst sowieso immer nur mit dir selbst das heißt du bringst dir alles bei und deine fragen die künftig kommen werden sind eine sind fragen an dich lehrer und keine ist zu blöd maximal sind die antworten zu blöd aber ich werde mich bemühen so jetzt liege ich also hier so da wieso sind sensortechnik so ich drücke nicht mal die seite nieder sondern ich berühre nur ich sag ganz gern so ein bisschen noch mal schauen ich putze mal hier so ein bisschen die seite ja dann weiß ich ich bin jetzt hier so am stiegen geländer mit meiner hand und es ist fast null kraft da gerade dass ich runter fällt ja so und jetzt kommt der chef auf den plan der chef ist man wird es erst mal nicht erraten können so leicht der kleine vom kleinen aus stellen wir uns hier hin nach möglichkeit immer knapp an das vollgebundstäbchen da geht es am leichtesten zum drücken du brauchst am wenigsten kraft die weiter du nach hinten gehst desto mehr brauchst du kraft um die seite nieder zu drücken je nach seiten typ stahlseiten seiten spannungsstärke und so drum haben wir auch eben low tension gewählt und es gibt allerdings eine ausnahme diesen drei fingern fällt es ganz ganz super leicht sich knapp ans bundstäbchen zu legen man möchte dann automatisch den ringfinger auch hier rüben haben wollen das geht nicht ja das ist eine sehr sehr schwere spannung der ringfinger darf als einziger wenn der jetzt mal hier weg ist und ich berühre immer nur noch einfach runterfallen und er kommt dann in etwa das ist in die mitte des bundes auf völlig ausreichend damit kannst du alles erreichen was du ever willst ja also der fängt an das ist der kleinste im kindergarten und die großen starken die lange schon da sind die sagen in weiser kenntnis ok der ist neu dem wollen wir helfen wir richten uns nach ihm und wir nehmen was übrig bleibt würde das anders gemacht werden was hier in dieser position nicht so ist aber hier vor allen dingen ich kann dir das zeigen schaut es so aus wenn man hier anfängt dann geht der hier hin und der hier in die beiden stärksten und dann sagen die beiden schon wie soll ich wenn das jetzt hier was ein training mit der zeit wird die krätsche vom tor ja dann werden solche sachen möglich dann fängt der kleine an sich aufzubauen wo auch immer das ist eine technische grundübung halt und der rest legt sich dazu passt sich an bin ich da richtig so und jetzt lege ich dann hier so dran und jetzt jetzt kommts jetzt mache ich mit der rechten hand doch ein bisschen mit ja völlig egal wie das könnte jetzt ein black drum sein das könnte ein finger sein wenn die rechte hand noch gar nicht trainiert ist dann wird es gerne auch irgendwie einfach nur der daumen sein ja also ich bin halt jetzt hier auf der seite und noch das ist für den daumen super training ist wir können alles brauchen ja so jetzt mache ich folgendes und ich mache das auch so langsam immer zu anfang ich will ja nicht kolonnenspringer werden sondern ich will meine einser die ich schreibe nicht erst nächstes jahr spielen sondern jetzt sofort schubkarten voll einser holst du dir ab und das macht dich schnell und gut diese langsamkeit also gut jetzt geht es los ich liege jetzt drücke etwas nieder und spüre während niederdrücken alle finger und achte darauf dass keiner ins schön schreiben kommen will ja ich bin ja als universal person als musikdirektor als sportphysiologe als am rand befindlicher trainer der ins spielfeld ruft als kameramann der mit filmt als audiomann der mit aufnimmt und weiß nicht was noch alles also du bist fahrlehrer fahrschüler alles zugleich so drum die langsamkeit sonst geht das nicht und das macht schnell okay zack jetzt liege ich dran und jetzt spiele ich so zweimal ist immer wichtig ich höre jeden einzelnen ton fülle wieder auf achte darauf dass sich keine kräfte stapeln so das reicht schütteln wie fühlt sich an okay okay ich fühle die wieder hoch null kraft noch normal jeder ton eine perle und das hier ist wirklich keine perlengitarre schütteln schütteln wieder hingehen locker ohne druck stiegen geländer spüren jetzt verschiebe ich das ganze um einen bund nach hinten so dass ich einraste in den nächsten fächern und du hast es schon jetzt kommt das gleiche wieder und gleichzeitig weil du so langsam bist kannst du immer spüren was sich tut in deiner mannschaft das heißt im klartext jede deiner wie auch immer auftauchenden Fragen der wie auch immer auftauchenden Fragen von deinen Mannschaftsmitgliedern kann von dir Trainer in jeder Funktion jederzeit sofort beantwortet werden und nachdem du dich nicht um die rechte Hand zu kümmern hast kannst du als Trainerin und was auch immer in welcher Funktion alles jetzt im Spezialkurs sorry Anna ne habe ich nicht gesehen du ich nehme gerade ein Video auf ich kann gerade nicht ok kannst du mich gerne nochmal anrufen 10 Minuten ok alles klar dann bis später sorry ciao das war jetzt mal eine nette Unterbrechung wird dann schon klar für wen das jetzt gut war zu hören ja jetzt habe ich natürlich meinen Faden verloren aber es macht nichts ich bin eigentlich durch und fertig ich achte immer darauf dass ich genau dass ich danke dass ich allen Mannschaftsteilnehmern alle auftauchenden Fragen sofort beantworten kann und durch das können die sofort gut werden wenn etwas komisch klingen sollte und krachen sollte so wie zum Beispiel so dieses Frotzeln ja wenn die wenn das nicht gescheit auf dem Bundstäbchen aufliegt dann ist es für mich immer eigentlich ein gutes Zeichen dafür dass du nicht zu viel Kraft aufwendest weil du kannst hier diese eine diesen einen Ton selbst mit kleinen Fingern so fest drücken wie du willst der wird nie schöner du weißt was passiert wenn du dich unglaublich bemühst und den schönsten Buchstaben der Welt schreiben willst mit dem Kulli oder was auch immer der wird immer hässlicher ja sondern es geht darum um die Ressourcen im minimalsten Aufwand zu nutzen ok ich glaube das war's schütteln ja und bislang machen wir es nur so das heißt nicht dass du jetzt ganz nach hinten wandern sondern wir machen hier siebter Bund Zeigefinger Rest entsprechend und dann gehen wir hier noch hin und dann noch hier ja siebter sechster fünfter weitere Streckungen kommen mit den nächsten Tagen danke und woher steht mit 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 mit